Also Salli, das ist mein zweites Reaction Video. Heute behandeln wir das Thema Feature Spinner. Das ist der grösste Scheiss. Ich weiss nicht, wieso ich mir gerade Zweig aufgetan habe. Also der ist cool. Der ist auch klein und handlich. Aber der andere ist fett und dick. Und der ist irgendwie scheiss. Es ist nicht die Farbe, die ich bestellt habe. Und es ist nicht ansatzweise so Satisfaktionierie, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber du, man lebt halt mit dem, was man hat. Ich meine, er dreht sich. Was willst du mehr? Kann ich das jetzt auch auf den Stirn drehen? Oh! 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 Warte, das geht besser. Oh ja! Oh! Ich sage dir, das ist der Scheiss. Das ist der Scheiss, der die Zukunft verändert. Fuck, das geht nicht. Oh! Oh Mann, das geht nicht. Also. Ja, ich habe zwei gekauft. Because of the swag. Zum Beispiel dieser. Da habe ich noch. Dieser hier. Der ist viel cooler. Der trellert. Der dreht auch schneller. Oh! Jetzt muss ich auf die Nase ziehen. Oh! 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 Also. Ich sage adieu. Das ist mein zweites Reactionvideo. Falls ihr das erste nicht gesehen habt, drückt da auf den Link dort oben. Dort geht es nicht um den Link. Also ja, ich habe das Switchspiel abgelegt. Das ist nulcher. Ich habe das negative. Ich bin übe. Ich bin übe. Ich habe dieomonie- Möe und Ellenbe 고민 bachelor Wei depuis junk altahaha. Aber ich habe kein dependence,